Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2016 A3 gerechnet hätte. Die Angabe findet ihr wieder immer hinter diesem Link. Ja, bei der Angabe ist relativ wenig gegeben. Wir wissen eigentlich nur, dass die Strecke AB mit 6 cm gegeben ist, dass dieser Winkel BACN hier der Winkel Alpha ist und ansonsten wissen wir eigentlich nur, dass hier die Höhe ist, das heißt wir hier einen rechten Winkel haben und dass das der Taleskreis ist. Und da muss man wissen, dass alle Punkte, die auf dem Taleskreis bezüglich einer Strecke liegen, dass alle Punkte darauf einen 90 Grad mit diesen beiden Punkten einschließen. Also das heißt, dass der Winkel ACNB auch 90 Grad hat. Das ist hier zwar nicht eingezeichnet, aber das muss man eben wissen, wenn hier was mit Taleskreis auftaucht. Dementsprechend kann man dann auch die Aufgabe 3.1 lösen. Zeigen Sie, dass für die Länge der Strecke CNDN gilt in Abhängigkeit von Alpha. Und da steht jetzt schon was komisches dran mit Cosinus Alpha und Sinus Alpha. Werden wir gleich drauf kommen, woran das liegt, dass das hier ein bisschen komplizierter ist. Also als allererstes, wenn wir diese Strecke brauchen, dann nehmen wir uns ein Dreieck, wo diese Strecke vorkommt, wo möglichst viel gegeben ist. So und da haben wir nämlich schon das erste Problem. Wir haben in diesem linken Dreieck nur den Winkel Alpha gegeben. Aber das ist noch besser als gar nichts, weil in diesem rechten haben wir gar nichts gegeben. Weder die Strecke, noch die Strecke, noch die natürlich, die wir suchen, noch irgendeinen Winkel. Ja, 180 Grad minus 90 minus Alpha vielleicht, aber das wird sehr kompliziert. Also fangen wir einfach mal mit diesem Dreieck an. Also das Sinus von Alpha ist CNDN, das ist ja dann die Gegenkathete bezüglich dieses Winkels, zur Hypotenuse ACN. So und nun haben wir aber ein Problem, diese Streckenlänge ACN, die haben wir nicht. Aber wir können doch noch einen zweiten, einen zweites rechtwinkliges Dreieck hernehmen, wo auch diese Strecke ACN vorkommt, wodurch wir das dann ersetzen können. Ich mache es mal vor, wir haben ja nicht nur das Dreieck ADNCN, sondern wir haben ja auch das Dreieck ABCN. Und wenn wir da irgendwas mit Alpha und diesem ACN aufstellen wollen, dann wird das ja zum Cosinus. Also ist der Cosinus von diesem Winkel die Strecke oder die Ankathete ACN durch die Hypotenuse von 6 cm. Und wenn ich jetzt diese Formel ACN nach ACN auflöse, habe ich die Strecke ACN in Abhängigkeit von Alpha, die ich wiederum jetzt hier einsetzen kann. Und damit ergibt meine Streckenlänge CNDN Sinus Alpha mal Cosinus Alpha mal 6 cm. Können wir es nochmal kurz zurückverfolgen. Wir setzen das ACN hier unten ein. Dadurch, dass es aber im Nenner steht, müssen wir es erst noch auf die linke Seite mit einer Multiplikation bringen, dass dann CNDN allein da steht. Und damit ergibt sich Sinus Alpha mal eben der Nenner Cosinus Alpha mal 6. Die Problematik bei der Aufgabe war, dass wir durch einen Sinus eben das nicht hinkriegen. Dadurch, dass wir aber ja mehrere Dreiecke haben, die rechtwinklig sind, wo eben dieser Alpha vorkommt, konnten wir das durch zwei Formeln ineinander überführen, beziehungsweise durch zwei Ansätze dann die Streckenlänge CNDN in Abhängigkeit von Alpha bestimmen. Das war ein bisschen schwieriger. Bei der 3, 2 wird es wieder etwas leichter. Hier geht es darum, dass das ganze Rotieren anfängt und man das Volumen berechnen soll. Nun, wenn quasi das, ich habe es hier noch kennzeichnet durch die gestrichelte Linie, wenn das über diese gestrichelte Linie rotiert, entsteht quasi hier durch dieses Dreieck in der Rotation ein Kegel und oben entsteht auch ein Kegel. Also zwei Kegel, die aufeinander aufbaut sind und denselben Radius besitzen. Das heißt, wir haben Kegel 1 und Kegel 2, wenn wir die beiden Volumen berechnen wollen. Jetzt habe ich das Ganze einfach mal hingeschrieben. Das Volumen eines Kegels ist ja ein Drittel mal R² mal Pi mal die Höhe. Also ein Drittel mal, das R ist in dem Fall CNDN zum Quadrat mal Pi mal die Höhe ADN. Problem ADN haben wir nicht und kommen wir auch so schnell nicht drauf. Das zweite, der zweite Kegel ist der untere, ein Drittel mal, und das ist jetzt dasselbe Radius, CNDN zum Quadrat mal Pi mal die Strecke BNDN. Und wenn wir uns das jetzt mal algebraisch anschauen, dann steht doch hier bis zu dem Pi das gleiche wie hier. Das heißt, wir können das Ganze ausklammern. Also, klammern wir das Ganze aus, dann steht hier ADN plus BDN in der Klammer. Das heißt, das hier mal die beiden Strecken. Nur darin unterscheiden sich ja die beiden Terme und dementsprechend kann ich ja das so ausklammern, dass die beiden zusammen addiert werden. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, ist es relativ leicht, denn die beiden zusammen ergeben 6 cm. Das heißt, ich kann hier für diese Klammer 6 cm einsetzen und dann erkomme ich auf das Ergebnis, das hier gesucht war. Nämlich ein Drittel mal 6 zum Quadrat mal Pi mal 6 gibt genau die 72 Pi und das hier noch zum Quadrat. Also, wenn ich das alles auflöse, kommt hier ein Sinus Quadrat Alpha, ein Cosinus Quadrat Alpha und ein 6 Quadrat zustande. Ein Drittel mal 6 Quadrat mal die 6 hier ergibt den Faktor 72. Das Pi schreibe ich ab und das hier lasse ich einfach stehen. Sinus Quadrat Alpha oder Sinus Alpha zum Quadrat und Cosinus Alpha zum Quadrat ergibt sich mein Volumen. Und wenn ich das jetzt noch für das Volumen für 30 Grad berechnen möchte, setze ich eben einfach 30 Grad ein und erhalte mein Volumen für den Winkel 30 Grad. Das war's von meiner Seite.